Nun ist hier keine Substation. So, weg. Gut, ich habe kein Lempel bekommen. Mit den paar kriege ich hier nichts gebacken, denke ich. Tint? Äh, machen wir mal ganz kurz hier. Das da. Gut. 20 Bigger Landfills. Nö, 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 es kommt später. Ich fordere einfach mal so 1000 an. Mal das zwischendurch. So, warum hast du keinen Strom, weil hier ein Ding uns fehlt. Schon besser. Ja, das sollte schon mal wieder ein bisschen gescholfen haben beim Strom. Unser Akku müsste jetzt auch auf 6,2 hoch sein. Was jetzt? Mehr Mauern. Wobei ich hab bald echt keinen Tungsten mehr. Türme hab ich gebaut. Was fehlte noch für unseren Außenposten? Bauroboter. Der Zug. Ja. Okay. Ich schaue jetzt mal zu unserem Eisenkristall 1 Außenposten, ob ich da noch irgendwas beschleunigen kann. Damit er möglichst schnell alle seine Ressourcen draußen hat, damit wir zu Kupfer 2 übergehen können. Hallo. Sieht irgendwie so ruhig aus. Oh. Oh. Deswegen sieht's so ruhig aus. Okay. Ähm. Bau. Das, damit ich schon mal keine Steine mehr im Inventar hab. Dann Bau. Roboter. Schnapp dir hier. Okay. Ich brauch grad keine Schienen. Äh. Ich brauch die nicht. Ich brauch die nicht. Die können mir alle später wieder zugeflogen werden. Ist mir egal. So. Äh. Zweier können weg, ja. Die ganzen Sondermetalle können auch kurz weg. Die auch. Einfach nur, damit ich genug Platz hab für das. So. Bist du fertig? Ja, du bist fertig. Das heißt, wir setzen dich jetzt mal ganz kurz. Da hin. Weg. Von Speed. Du warst einfach nur voll. Okay. Und ich verteil das mal ein bisschen, damit auch die Befüllung recht schnell geht. So. So. Und das vierzählchen Eisen da. Lass ich das? Ich denk schon. Es lohnt nicht. Ja. Das heißt, sobald die beiden hier durch sind, bauen wir hier alles komplett ab. Von den Robotern hier ein. Ein Construction Bot. Ha. Okay. Ähm. Hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, so klappt das nicht. Ich werde nicht mit einem Construction Bot... Nehme ich mal mit. Geht das? Ha. Okay. Ich werde nicht mit einem Construction Bot die ganze Basis dazu legen können. Vor allem wissen sie auch gar nicht, wo sie es hinpacken sollen. Ja, also ich muss jetzt nach Hause und Construction Bots dann führen, die mal wieder irgendwo rumliegen, wo ich sie nicht finden werde. Das heißt, ich lungere bei den Bäumen rum. Wip. Oh nein. Nein, 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 nein. Keine 1000. So. Da sind sie. Zing. Zing. Super. Ich habe zwei Construction Bots geklaut. Äh. Das müsste man doch irgendwie machen können. Also ich kann jetzt hier Construction Bots anfordern, aber die werden nicht zu mir geflogen kommen. Weil die nicht in irgendeiner Kiste liegen, sondern... Oder? Ja, sie sind nicht als Gegenstand vorhanden, sondern nur als fliegende Einheit. Ich checke einfach die Dinger hier. Irgendwo werden die schon sein. Eine. Ja, 11. Das klingt schon mal besser. Hier unten sollte sich eigentlich ein Roboter hinverirren. Oh, was ist eigentlich mit Eisen 2? Nehme ich mal mit. Nehme ich mit. Können wir dir vorstellen, dass Eisen 2 auch langsam ein bisschen mauer aussieht. Das sollte ich auch noch holen. Jo, Eisen 2 ist leer. Ja. Okay. Das heißt... Piu Piu. Das heißt, wir müssten jetzt hier alles abbauen. Ähm... Erstmal schmeiße ich hier noch ein paar Roboter raus. So. Dann gebe ich den Auftrag, bitte zerlegen. Erstmal hier die komplette... Nicht die Stromversorgung. Hier die Mauern. Die legen alles hier in die Kiste, da hole ich es mir gleich raus und dann passt das auch schon wieder. Hier die Substations. Die werden nicht gebraucht. Richtig, richtig. Das da oben... Alles weg. Wo führt der Strommast hin? Keine Ahnung. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Zerlegen. Irgendwas schießt doch irgendwas. Ähm... Mitkommen. 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 Und die können wir tragen. Schön. Was nehme ich jetzt? Ich nehme jetzt die da. Um ein bisschen auszugleichen, dass ich überall die ganz tollen blauen reinschmeiße. Was haben wir denn da? Das brauche ich eigentlich alles nicht. Das da schon eher. Ja... Komm mal alles mit. Du hast keinen Strom, das ist nicht gut. Das hier kann auch alles weg. Gerade die tungsten Mauern würde ich ungern nicht hier lassen. Oh... Keine Stromanbindung. Und das ging echt flott. Komm her. Komm mit. Ich kann hier eigentlich jetzt ja schießen, ne? Machen wir mal... So... Das ging schnell. Okay... Gleich den nächsten. Weg. So... Alles gut. Jo... Die packen ein. Das heißt... Du kommst mit... Du kommst mit... Auch wenn ich mir nicht sicher bin wegen dem Sand. Aber was soll's. Und tatatata... Eisen 1. Ist weg. Weg. Da... Was? Ja... Oh, hab ich... Öh... Fast... Egal. Ähm... Holz, Holz, Eisen... So. Weg. Wir werden bald neues Eisen brauchen. Das heißt, wir könnten hier einen Eisen-Außenposten machen. Und dann später da einen Kupfer-Außenposten. Ich müsste also... Oh... 20 Magazine. Sehr geil. Also ich müsste das da oben kaputt machen. Das da... Boah... Okay. Ich glaub zwei Spawner sind kaputt. Das wird schon bei dem nächsten Anschwung ein bisschen helfen. Nope. Nope. So Spawner sind kaputt. Ich muss jetzt alles nur einmal töten und dann ist es vorbei. Angefangen habe ich bei 19 Magazine. Ah, es wird wehtun. Naja... Ich treff fast gar nichts. Obwohl die so riesig sind. Ich glaub, die hier in Hitbox ist viel kleiner als es eigentlich aussieht. Warte mal, ich hab da Strom, ne? Hahaha. Äh, nicht da unten hinlaufen. Geh mal ganz kurz zu irgendeinem Strommast. Warte kein Strom. Nicht gut. So war die Verbindung da... Äh, äh, äh. Komm, schnell. Nee. Irgendwas angreifen. Jo. Dezente Feuerunterstützung würde ich sagen. Das ist ja alles Krabbler. Ihr macht nix. Gott, mach dich kaputt. Piu, 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 piu. Hätte ich früher richtig das selber bekommen bei so vielen Königinnen. Mit den Eiern. Aber jetzt... Was? Keinen Platz mehr für... Ja, du mich auch. Nehmen. Mit... So. So. Ähm. Nächstes. Halten ja echt was aus. So. Mitnehmen. 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 Die Basis ist weg. Richtig. Mal ein paar Leichen hier einsammeln. So. Die Basis sollte weg sein. Ihr lungert hier noch rum. Also mach ich auch nicht. Was? Oh. Habe ich einen Spawner übersehen? Ein paar Würmer. Na, komm, komm. Die Artefaktes habe ich da noch ein. Ich bin schon fast... Oh. Kein Platz mehr für Artefakte. Doch. Warum sammelst du sie nicht ein? F. Ach so. Das muss noch von vor dem Patch gewesen sein, dass ich hier mal ein, zwei Spawner gekehlt habe und danach nichts mehr gemacht habe. Na gut. Einmal entrohlen. Was, glaube ich, kein Wort ist. Damit der Zug hier besser durchkommt. Da unten ist die nächste Basis. Die ich wahrscheinlich auch wegmachen sollte, damit nichts in der Nähe ist, was die Dinger da anbeißen könnte. Was haben wir hier noch? Tungsten? Ja, nö. Okay, mach das direkt. Nein. Schuss. Nein. So. Batterien halten sich erstaunlich gut. Ich denke mal, ich bräuchte theoretisch gar keine Batterien. so viele Reaktoren, wie wir dabei haben. Ich könnte also entweder noch mehr Schilde reinhauen oder noch mehr Laufdinger. Wobei es mit den Laufdingern ist zwar schön für längere Strecken, aber als ich vorhin gesagt hatte, dass ich teilweise zu schnell bin, war das kein Scherz. Also wenn ich jetzt gezielt diese rosa Kügelchen einlaufe, dann husche ich da manchmal einfach links und rechts dran vorbei, bevor ich irgendwas treffe. So. Ja, das wäre unsere Neu. Habt ihr euch da gerade angesiedelt oder hab ich euch mal übersehen? Das erinnert mich übrigens daran, dass ich die kleinen Roboter noch testen wollte. Aber dazu müsst ihr erstmal da weiter forschen. So. Jetzt aber Ruhe. Okay, das heißt wir erweitern jetzt einfach die Schienen. Von da. Auch wenn es dann schon wieder eine Kurve ist. Aber gut. Nach hier. So. Nach hier. Und dann nach oben. Das heißt, es wird mal eine Basis sein, die nicht von Ost nach West, sondern von Süden nach Norden beliefert wird. Und ich hab keine Kurve. Baut zwei Kurven. Kurve 1. Kurve 2. Kurve 2. Verbindungsstück. Ja, super. Dann kommt. Ich mach da mal weiter rein. Dann kommt hier eine Haltestelle hin. Habe ich keine Haltestelle eingesammelt? Habe ich. Kommt da die Haltestelle hin. Wir machen das B und Entladen direkt auf dem Eisen. Womit ich nicht wirklich ein Problem habe, weil wir packen hier einfach einen Sechser-Drill hin. Der deckt das komplett ab. Und das war's. Also ein Sechser-Drill mit den Beacons. Richtig. So. Jetzt aber als nächstes Stromversorgung sicherstellen. Also sowohl von oben als auch von unten hätte ich gerne die langen Kabel. Das falls eins gekappt wird, wird wir eine doppelte Absicherung haben. Und dann bauen wir hier Eisen 2 auf. Nebenbei sollte ich aber auch das Ding mal anschließen. Das Mark-Schrott-Ding da hinten. Sonst haben wir gleich kein Kupfer mehr.